Wie es aussieht, ist Mercer noch auf der Flucht. Also sei vorsichtig, okay? Dann können Sie überall sein. Gut, und damit sind wir wieder an die Fastby dran. So, und was fahren wir denn heute? Hier ist ein Sidefahren. Das würde ich jetzt gerade nie. Ich würde schon gerne ein bisschen wieder was Story machen. Ja, dann machen wir das. So, haben wir noch eine Garage an der Nähe, zufällig. Genau, hier unten. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, die Leak hasst uns nicht mehr. Und die schlechte? Niemand weiß, wo Mercer ist. Klar, er ist sein Job los. Aber er hat noch die Autos. Wir dürfen nicht zulassen, dass er mit ihnen abhaut. Hier kann er mit ihnen nichts mehr anfangen. Er müsste sie schon aus der Stadt schaffen. Ich habe auf dem Laptop ein paar Speditionsrechnungen gesehen. Es ist nicht viel, aber ich habe es rum erzählt. Sobald einer dieser Trucks auftaucht, erfahren wir davon. Und jetzt? Motz deinen Wagen so weit wie möglich auf. Ich habe das Gefühl, wir werden ihn brauchen. Gut. mit ernst bei der Sache. dann nehmen wir den letzten Martin so, mal gucken was ist hier erwartet noch ein Aufwurtspiel drin dann mal los, holt jetzt alles aus euch raus so, mal los, mal los, mal los voll nicht zu weit zurück, ich bin direkt hinter dir vor dem ist einfach dass ich mit dem auch gar nichts machen kann auf dem Grund du musst dranbleiben du gibst besser mal Gas eigentlich wäre es gut gewesen, wenn du mal ein bisschen Asphalt dann kann ich mich ja ein bisschen aufholen komm schon, ist das alles was du kannst? deine Chancen stehen nicht gut nicht wirklich das sieht nicht gut aus gerade das sieht absolut nicht gut aus ne, es wird nix du willst das teilen? dann geh wieder da raus und verdien es dir da müssen wir dabei hin das sieht gut aus So. So, probieren wir es nochmal. So. Ja. Mach ich, bin es ja langsam gewohnt. Wenn du meinst. Dann mal los, holt jetzt alles aus euch raus. Auf einmal noch ein zweiter Versuch. So. 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 So, ich habe meine Favik drin. 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 Da mal hinreißen. So. Nicht, dass wir immer nur Story fahren, sondern auch zwischendurch mal andere Ringe fahren. Herz aus Gold. So. Das war Foto von Samba. Oh, ich habe noch was schon mal gesehen. So, und wir sind da vorne noch schnell. Gut, dass die Runde nicht so kurz ist, äh, so lang ist. So, und jetzt wollen wir es mit den Absätzen. Letzte Runde. So, und einer schleicht da so ein bisschen rum. Nein, hol ich mir doch nichts. So, geschafft ist es. Gut, und dann haben wir noch ein Rennen, hoffen, was hier ist. Tja, dann starten wir. Auch wenn wir nicht auf ordentliche Stärke haben, egal. So, und dann haben wir noch ein Rennen. So, und dann haben wir noch ein Rennen. Jetzt fahren wir eine Runde am Strand hier. So, und dann haben wir noch ein Rennen hier. So, gegen elf. Jetzt haben wir mal sechs da. Dann kommen wir wirklich nach vorne, kommen wir auch nicht. Okay. Ich muss ein bisschen ranarbeiten jetzt gerade, damit wir da... Ich würde sagen, wir haben hier mal eine Chance, dass wir tatsächlich das Ding noch gewinnen. Boah, nehm doch mal deinen Arsch da weg. Letzte Runde. Oh, das ist ja gar nicht der Führer, ne? Hier ist er aber jetzt da vorne. Okay. 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 Wir sehen uns jetzt wieder. Hey, ich hoffe die Cops machen ihr das Leben nicht allzu schwer! Ich heute. Bis dann.